In der Regelung beim Bad und die anderen haben noch ein bisschen umgekippt und haben den Rettungsring aufgehängt. Jawohl, es liegt noch alles unten nicht so schlimm. Hätten gibt es hier, jawohl, lass es erst mal liegen. Der Polen gibt es Geld zum Wasser, bitte Beifall für unsere dänischen Freunde, die sehr, sehr gerne im Orang gesehen waren. Wie vereist wir, dass es gut ist. Und diese Musik, meine Damen und Herren, die erklingt jetzt nicht zu Unrecht, denn der Isar-Pinguin, das ist unsere Froni aus Bad Füssing. Bad Füssing, das liegt dort, wo Deutschland fast zu Ende ist, wo es nahe, nahe dran ist mit Österreich. Und der Hühner, der sie hier begleitet, das ist kein geringerer als Gustav Kolzenburg aus Spandau. Siehste, das habe ich mir gemerkt, der Mann kommt Jahr für Jahr wieder. Wie Sie sehen, kriegt er die schönsten Frauen ab. Die kann er sich nämlich aussuchen. Und die beiden.